Stein um Stein nimmt das neue Bereitschaftsgebäude des Deutschen Roten Kreuzes in wieviel städte Form an. Am Mittwochvormittag wurde nun die Grundsteinlegung gefeiert. Gerhard Tappken, Vorsitzender des DAK-Kreisverbandes Ammerland, begrüßte mehr als 20 Gäste, darunter Bürgermeister Jörg Pieper, zahlreiche DAK-Mitarbeiter, Bauverantwortliche und Nachbarn. Er dankte noch einmal ausdrücklich allen Beteiligten für die bisher geleistete Arbeit. Neben der Bereitschaft soll das neue Gebäude vor allem auch das Jugendrotkreuz und der Seniorenarbeit zugutekommen, hieß es.